Herzlich willkommen hier bei diesem neuen Video auf meinem Kanal. Mit freundlicher Unterstützung vom Kanalsponsor bio-gartenwelt.de Eurem Onlineshop für organische Dünger, Zusätze, Substrate und Zubehör. Ja, heute um ca. 11.30 Uhr, meine ich davon gelesen zu haben, als allererstes auf Twitter am 11.04. dem Upload-Tag, und zwar dass entsprechend in der Bundespressekonferenz ein neuer Termin angesetzt wurde, rund um die Cannabis-Gesetzespläne, wie eingeblendet. Bundesminister Prof. Dr. Karl Lauterbach und Cem Özdemir als Ernährungs- und Landwirtschaftsminister sind beide morgen geplant für die entsprechende Vorstellung der neuen Gesetzespläne. Ursprünglich durch den Tenor und auch die Ansage, dass der Gesetzentwurf nach Ostern unmittelbar bevorstünde oder kommen sollte, ging man jetzt erstmal über den Tag noch davon aus, dass es tatsächlich um den fertigen Gesetzentwurf handeln soll. Dann aber im Laufe des Nachmittags hat sich Karl Lauterbach nochmal selber auf Twitter dazu geäußert und hat eben explizit das Wort neue Eckpunkte, also Eckpunkte 2.0 benutzt. Ob er sich hier nur versehentlich im Wort verirrt hat oder ob es tatsächlich keine de facto Gesetzesgrundlage morgen gibt, sondern nur ein weiteres, was wir vorhaben zu tun, Papier, das wird sich zeigen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bezüglich dem erwarteten Umfang der morgigen Pressekonferenz und dem dargelegten Inhalt der möglichen Gesetzespläne war bisher der neueste Stand von Vorostern das SPD-Parteipositionspapier, was ein sogenannter Parteivorstandsbeschluss war. In dem ging es unter anderem um den Eigenanbau von bis zu 5 Pflanzen, um den Besitz von 25 bis 50 Gramm im öffentlichen Raum, sowie eben der festen Nennung von Cannabis-Social-Clubs als gemeinschaftliche Anbaumöglichkeit, sowie eben der Abkehr vom kommerziellen Lizenzmarkt hin zu Modellprojekten in ausgewählten Modellregionen noch im erweiterten Kontext. Wie jedoch eingeblendet am heutigen Abend vom 11.04. veröffentlicht auf deutschlandfunk.de, ein vermeintlicher Liege rund um die morgig vorgestellten neuen Gesetzespläne. Diese besagen entsprechend 25 Gramm Besitz im öffentlichen Raum, sowie der private Anbau von bis zu drei Cannabispflanzen zum Eigenkonsum. Darüber hinaus die offizielle Abkehr von einem kommerziellen Lizenzsystem hin zu Modellprojekten in welchem Rahmen auch immer, da gehen sie jetzt nicht in die Detailtiefe, aber bei einer 90 Minuten angesetzten Pressekonferenz morgen darf man diese Details durchaus erwarten. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Über ein Like sowie ein Abo auf dem Kanal würde ich mich sehr freuen und wünsche euch bis zum nächsten Video hoffentlich morgen mit guten Nachrichten eine gute Zeit.